Hallo liebe Kollegen, einige von euch haben mich gebeten mal zu zeigen, wie ich OBS in den letzten Semestern in der Lehre eingesetzt habe. Mache ich natürlich gerne und ich möchte auch zeigen, wie man so in den ersten Schritten seine erste Szene konfiguriert in OBS. Viel Spaß! Ein kurzer Check bei Wikipedia zeigt, dass OBS ein Open Source Projekt ist, das dafür gebaut wurde, Videos zu streamen bzw. aufzunehmen. Das Projekt gibt es schon seit 2012, insbesondere jetzt in der Pandemie, stark gewachsen und sehr populär geworden. Ich verwende die Software mittlerweile sehr intensiv für virtuelle Veranstaltungen, die komplett von zu Hause aus oder vom Büro aus gestreamt werden. Aber ich habe auch im letzten Sommersemester angefangen, hybride Veranstaltungen aus dem Seminarraum zu streamen bzw. die auch für Leute, die zu Hause geblieben sind, anzubieten. Dann habe ich festgestellt, dass selbst in reinen Präsenzveranstaltungen ein praktisches Tool ist, um bestimmte Dinge zu machen. Und natürlich ist es ideal geeignet, Videos zu produzieren bzw. Screencasts aufzunehmen. In virtuellen Veranstaltungen benutze ich OBS für kleinere Gruppen im Zusammenspiel mit Zoom, um da zu steuern, was die Studierenden und die Teilnehmer sehen. Ich benutze es für größere Gruppen, indem ich die Veranstaltung streame und das Feedback dann über einen Chat organisiere. Für diese Situation habe ich als Hardwareausstattung zwei Mikros und ein Audiointerface, die ich benutze, um den Ton aufzunehmen. Ich habe drei Bildschirme, zwar einen uralten und noch einen kleinen, den ich noch gefunden habe im Dachboden und meinen regulären Bildschirm. Außerdem habe ich eine relativ günstige, ca. 100 Euro Digitalkamera, schon eine etwas ältere, die gibt es schon seit mehreren Jahren nicht mehr, aber kann man ganz gut Gebrauch kaufen. Bei der habe ich festgestellt, kommt eine deutlich bessere Bildqualität raus, als bei den üblichen Webcams, die auch um vielfaches teurer sind. Die Digitalkamera hat einen HDMI-Ausgang, den kann man mit einem entsprechenden Converter direkt mit dem USB-Eingang im Rechner verbinden. Ich benutze einen Greenscreen, um mich abzusetzen vom Bildschirm und auszuschneiden, so wie man es hier jetzt aussieht. Und außerdem habe ich noch zwei Lichter, sonst funktioniert der Greenscreen nicht vernünftig. Beim ersten Start von OBS findet man ein Fenster, das ungefähr so aussieht. Es gibt hier bestimmte Bereiche, die können beim ersten Start auch ein bisschen anders angeordnet sein, man kann die aber frei verschieben, diese einzelnen Bausteine hier in der Benutzeroberfläche. Das zentrale Element ist hier mit Scene bzw. Scenes überschrieben. Und das ist auch das Prinzip von OBS. Man baut sich bestimmte Szenen auf, die aus verschiedenen Ebenen zusammengestellt werden. Das können natürlich Video-Ebenen sein, zum Beispiel eine Bildschirmfreigabe oder eine Kameraansicht oder eine Dokumentenkamera oder ein Video. Die werden dann abgespeichert und wenn man draufklickt, dann wird genau diese vorkonfigurierte Szene eben eingeblendet. Rechts daneben findet man den Bildschirm, das was jetzt momentan gerade gestreamt oder über eine virtuelle Kamera an Zoom gesendet wird. Hier unten wären die einzelnen Quellen dieser Szenen angegeben, momentan leer, weil noch keine Szene konfiguriert worden ist. Hier ist der Audio-Mixer, da sieht man die Tonsignale und hier rechts ist das Steuerfeld von OBS. Hier kann man Stream starten, stoppen, man kann die Aufnahme starten, stoppen, man kann die virtuelle Kamera für Zoom, kann man starten und stoppen. Hier ist der Studio-Mode, der splittert das tatsächliche Programm von einem Preview. Dann kann man, wenn man nicht mehr genau weiß, was war denn jetzt diese Szene nochmal, kann man sie sich erstmal anschauen und dann fürs Programm freigeben. Für meine virtuellen Live-Veranstaltungen habe ich neun verschiedene Szenen konfiguriert. Die erste Szene zeigt das, was ihr jetzt gerade seht, nämlich die Kamera mit einem Hintergrund, in dem ich dann über eine Textdatei einblenden kann, was man jetzt hier sieht, also diesen textvirtuellen Veranstaltungen zum Beispiel. Szene 2, 3 und 4 zeigen eine Bildschirmfreigabe, die ich so gewählt habe, dass nichts ablenkt von der Präsentation bzw. von meiner Schreibfläche, auf der ich dann Notizen mache. Und die Varianten sind einmal mit einer großen Kameraeinblendung, einmal mit einer kleineren Kameraeinblendung und einmal ganz ohne Kamera, wenn wirklich der Content bis ins letzte Eck geht. Dann gibt es eine Pausenszene, in der ich auch einen Countdown laufen lassen kann, um den Leuten zu zeigen, wann die Pause wieder aus ist. Es gibt eine Szene, die anzeigt, dass es bald losgeht. Dann gibt es zwei Szenen für Umfragen, wenn ich Live-Umfragen mache. Die mache ich typischerweise mit Itempool, wo ich dann auch überlagert die Antwortbalken der Studierenden einblenden kann und dann natürlich auch das Ergebnis anzeigen kann. Und dann habe ich noch eine Szene, in der ich mit einer Dokumentenkamera oder einem Handy, je nachdem, was ich gerade zur Verfügung habe, zusätzlich noch Sachen zeigen kann, wenn ich etwas handschriftlich skizziere oder beispielsweise im Taschenrechner etwas vorführe. Der Charme während so einer Live-Veranstaltung, wenn man quasi als Ein-Mann-Produktionsteam arbeitet, ist, dass man diese verschiedenen Szenen per Shortcut auf der Tastatur umschalten kann. Ich habe mir die auf die numerische Zehner-Tastatur gelegt. Wenn ich jetzt 1 bis 9 drücke, dann haucht die jeweilige Szene im Preview-Fenster auf. Und wenn ich dann auf 0 drücke, schalte ich diese Szene jeweils live. Live heißt, entweder sie taucht dann in der Zoom-Bildschirmfreigabe auf oder im Stream oder auch live im Hörsaal dann auf dem Beamer. Dazu kann man OBS nämlich auch sehr gut benutzen. Zum Schluss möchte ich jetzt noch beispielhaft zeigen, wie einfach es ist, so eine Szene zu generieren. Ich werde eine einfache Kamera-Ansicht mit einem Hintergrund und einer Schrifteinblendung mal basteln. Momentan ist nichts angelegt. Es gibt hier zwar Szenen schon als Dummy-Szene sozusagen. Die kann ich auch gleich benutzen mit der rechten Maustaste. Benenne ich die mal um und sage, ich nenne das Ding zum Beispiel Hintergrund und Kamera. So, ich habe die bei mir durchnummeriert. Das muss man nicht machen. Ich habe es deswegen gemacht, weil ich die eben auf die Shortcuts in den numerischen Tasten gelegt habe. Bei mir heißt es die Szene jetzt Hintergrund-Kamera. Jetzt suche ich mir hier als Quelle erstmal die Kamera aus. Die läuft hier unter, wenn man hier unten auf Plus drückt, bei den Sources, also den Quellen. Da kann man eine neue Quelle hinzufügen. Was wir brauchen werden jetzt für die Szene ist das Video Capture Device, also die Kamera. Starten wir mit der Kamera und da schlägt er jetzt hier als Namen Video Capture Device vor. Ich kann das Ding einfach Kamera nennen. Falls ich es schon mal verwendet hätte, würde es mir hier vorschlagen, dann könnte ich das wiederverwenden mit den gleichen Einstellungen. Und wenn man eine spezielle Konfiguration gemacht hat, ist das ganz praktisch. So, man sieht das Bild. Ich habe jetzt hier diesen grünen Hintergrund, den werde ich jetzt auch gleich ausnutzen. Wenn ich jetzt hier, ich stelle sonst weiter nichts ein, auf OK drücke und dann hier mit der rechten Maustaste drauf, dann gibt es hier einen Unterpunkt Filters. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Ich möchte jetzt in dem Fall nur diesen Greenscreen eben durchsichtig schalten und das geht hier mit dem Chroma Key Filter. Wenn ich da drauf klicke und auf OK, dann bin ich hier auch schon freigestellt. Das sieht eigentlich ganz gut aus, muss man nichts mehr einstellen. Man könnte hier unterschiedliche Farben wählen und so weiter. OK, aber es soll ja nur Exemplare sein. So, so sieht meine Szene momentan aus, nur diese Kamera. Jetzt nehmen wir zusätzlich noch ein Hintergrundbild. Ich wähle hier noch eine Quelle, eine Source aus. Und zwar in dem Fall ein Bild. Hintergrund. habe ich hier so eine Aufnahme aus dem, unserem Audi Max, dem P2 14. Als Schwarz-Weiß-Bild und ein bisschen unscharf. Das nehme ich jetzt als Hintergrund. Also man sieht, es ist ein bisschen größer als der, als diese Full-HD-Auflösung. Das heißt, ich gebe mit der rechten Maustaste drauf. Hier unten gibt es einen Punkt Transform und da kann man das Ganze Fit to Screen. So, jetzt hat das genau das Format dieses Bildschirms. Und ist auch zentriert. Man sieht jetzt die Kamera nicht mehr. Das liegt daran, dass dieser Layer, dieser Hintergrund-Layer, jetzt oberhalb von der Kamera liegt. Das heißt, wenn ich die Kamera wieder sichtbar machen muss, dann muss ich den nach unten schieben. Das geht hier mit diesen Pfeilen. So, also jetzt bin ich vor der, vor diesem Hintergrund. Wenn mir das zu groß ist, dann kann ich hier natürlich die Größe auf der Szene entsprechend verändern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Gliederung oder einen Inhalt von der jeweiligen Veranstaltung einblenden möchte als Text. Das möchte ich jetzt auch machen. Und dazu nehme ich hier die Quelle Text. Und ich mache als kleines Feature, nehme ich einen Text aus einer Datei. Das ist nämlich sehr praktisch. Ja, also momentan sehe ich noch gar nichts. Ich kann jetzt hier mal festweise was reinschreiben, um auszuprobieren, wie das aussieht. Ja, dann sieht man hier oben, das ist jetzt gar nichts eingestellt. Weiße Schrift, ich könnte natürlich jetzt alles Mögliche hier verdrehen. Das möchte ich aber jetzt nicht. Was ich aber machen möchte, ist, ich möchte, dass dieser Text aus einer Datei kommt. Read from File kann man hier anhaken. Das ist sehr praktisch. Und dann kann ich hier suchen oder eine beliebige Textdatei festlegen. Und ja, okay, jetzt wähle ich hier diese Datei aus. Ja, da kommt hier, da steht was drin schon, dass sie bekommen zur Mathevorlesung und so weiter. Und das Charmante dran ist jetzt, mal abgesehen davon, dass das jetzt ein bisschen zu groß ist, was hier steht, aber das ein bisschen kleiner mache. Und hier so positioniere. Na, dann ist das, dann wird jetzt der Inhalt dieser Textdatei eingeblendet. Und das Praktische ist, wenn ich jetzt diese Textdatei verändere, also im Livebetrieb würde das heißen, ich habe den Texteditor irgendwo offen. In einer kleinen Ecke von meinem Bildschirm, wo ich Platz habe oder an einem zweiten Bildschirm. Und wenn ich jetzt hier was verändere, so, und schaue dazu noch Zoom zum Beispiel und ich speichere das Ganze jetzt ab. Ja, und YouTube machen wir weg. So, jetzt speichere ich das Ganze wieder ab. Dann aktualisiert automatisch diese Schrift. Das ist praktisch, das heißt, ich kann direkt in den Text was reinschreiben. Eine Arbeitsanweisung beispielsweise, wenn eine bestimmte Aufgabe zu bearbeiten ist oder ich einen Termin festlege und sage, es gibt jetzt bis so und so viel Uhr, ist Zeit, die Aufgabe zu bearbeiten oder was Bestimmtes zu tun. Und dann kann man das direkt in den Bildschirm einblenden. Hören würden die Studierenden jetzt momentan noch nichts. Wir brauchen noch ein Mikro. Das kann ich hier auch noch einbinden als Quelle. Audio Input Capture wähle ich hier. Und das nennen wir Mikro. Und dann kann ich hier mein Audio Interface auswählen. Und jetzt sieht man hier schon den Ausschlag. Ich könnte jetzt noch einen Filter drauflegen, zum Beispiel Geräuschunterdrückung oder ähnliche Geschichten. Und ja, jetzt habe ich nur eine Szene, also ich kann jetzt nicht wechseln, aber ich könnte höchstens eine Leere noch dazu generieren. Okay, wenn ich jetzt hier auf... Hier sehe ich alle möglichen Dinge, die man mit Shortcuts jeweils hinterlegen kann. Es gibt hier unter anderem Switch to Scene, Hintergrundkamera. Und wenn ich jetzt richtig mit 1 auswählen... Ah, das löschen wir mal hier. Und dann habe ich noch meine Leere Szene. Dann sagen wir, wollen wir 2 haben. Okay, das heißt, jetzt kann ich mit den Tasten 1 und 2 zwischen diesen beiden Szenen hin und her wechseln. Und natürlich geht das mit beliebig vielen Szenen. Ja, ich befürchte, das Video ist schon wieder viel zu lang geworden. Über 13 Minuten, das wollte ich eigentlich gar nicht. Tut mir leid. Aber ich hoffe, dass ich es geschafft habe, dem einen oder der anderen ein bisschen Lust zu machen, sich das Tool mal anzuschauen. Ich finde es sehr praktisch in verschiedenen Konstellationen. Probiert es mal aus. Es gibt unendlich viele Anleitungen, Tutorials, Hilfe-Videos auf YouTube, um die Feinheiten auszuloten. Das tut es. Da gibt es jede Menge.